Läuft aber schon, ne? Ja. Fängt schon gut an. Wir sind auf der legendären Mordstunde. Aber er will das wohl. Makina Speedstars, Alter. Ich wusste, dass sowas passieren könnte. Ich hab mich jetzt schon mal so oft zerlegt, ne? Wollen. Komm, wo die Wollen. Und dann wird es jetzt auf die Komplierschläcke gehen. Ja. No regrets. Das war's. Komm. 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 wir hätten aber schneller fahren können ja ich kenne sie ein bisschen ungefähr hier ja noch ein kleines stück weiter bock ist das noch da ist die stelle von tobi in dem video mein gott fett alarm ich würde ihn ja gerne überholen aber ungeträuscht bin ich jetzt haben wir auch nicht so an den Richtfahrer gewohnt da ist eine frau mit 50 bestimmt keine Funktion fachsöhre 130 fachsöhre 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 ist noch nicht im Norden, ich weiß nicht genau, ich hätte auf den Schuh kommen sollen und ich weiß nicht, ich habe eins zu, ich habe einen gucke, ich habe einen Schuh, ich habe einen gucke, ich habe einen guck Mittag. Sputte. Das ist voll breit. Das ist aber ein Kutsch. Boah krass, Alter. Wie hoch und runter die geht, ne? Da ist das Graffiti. VW, Chirocco, dritt. Also drifft. Verpackt. Ich fahr ja auch mal wie bei der ganzen Zeit. Kein Lebensraum, kein Fahrungsraum. Das ist echt gut. Achtung von Stufen. Ja, hier ist keine Sonne. Kilo wir fast fahren. Insfficialseck Grad. Phhhhh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020